So, servus Leute, ich habe jetzt endlich die 125 Dominanzsteine und bei Korak war es und beim Endboss das Zauberbuch etc. geholt und habe jetzt hier gerade die Quest angenommen, dass es weitergeht. Dann schauen wir uns das mal an, was wir hier tun müssen. Er sucht ihn, den alten Guldan. Ihr, der Menschenmagier aus Tannan. Von euch wurden mir erzählt, Jadgar. Scheinbar haben wir eine gemeinsame Vergangenheit. Dann wisst ihr ja, wie es aussieht. Gebt auf! Eure alberne Magie lässt sich auch umdrehen. Ich habe auch... Eure alberne Magier, Achtung! Idiotischer Magier. Euer Tod wird köstlich langsam sein. Ich wünsche nur, ich könnte ihn in Person genießen. Folgt Garonas Spur ins Tiefland. Aha, ja. Zangara findet sie, besiegt sie und nimmt sie gefangen. Okay. Hier ist die Giftspur. Da brauchen wir mal ein Mobil, dass wir da schneller durchkommen. Pli, pla, plup. Fli, pla, plup. Fli, pla, plup. Jetzt bin ich mal gespannt. Also die weiß auch schon, dass sie gejagt wird. auch in schulke wenn das nichts wird was ist denn los mit der dann geben wir uns mal was zum heilen jaja die gute schurkchen die weiß was sie kann die kann nicht recht viel wir sind natürlich ein besserer schurke ist ja wohl klar ausweichen na also bezwungen war ja jetzt gar nicht so schwer ich denke man muss einfach nur den deutschen ausweichen gut ich kann mir natürlich das gift mal kurz rund kurze zeit runter machen mit meinem mantel der schatten und ja so da ihren ansturm macht sollte man vielleicht nicht in der grünen pfütze rum latschen ansonsten wir sind ja gut ausgestattet ich meine jede klasse hat ja irgendwie ein self heal oder sonstigen cd sie einsetzen und ich würde mal sagen wir sind fertig und haben endlich hier schreibt die gilde auch schon gz und irgendein bollen zukastet achja juhu da ist er 690 das haben wir gebraucht okay und hier haben wir jetzt einfach wieder ein paar neue quests aber dazu werde ich dann im nächsten video mehr sagen ich denke es werden wieder sammelquests sein hab's mir jetzt gar nicht eingeguckt ja dann vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ihr wisst jetzt wie es geht ich weiß jetzt auch wie es geht für meine twings ja und dann würde ich mal sagen man sieht sich bis dann ciao Leute